So, hallo, hier ist Nicola Lange von der Hamburger Alster und ich habe vor, jetzt segeln zu gehen. Sieht ganz gut aus, eine Sonne haben wir ja nun auf jeden Fall, das ist nicht zu übersehen, auch der Wind scheint auszureichen. Im Moment sind wir gerade dabei, das Boot jetzt, da ist das Boot, vernünftig aufzutakeln, damit es dann auch losgehen kann. Okay, wird aber eingestellt, ne? Ich sag's dir doch, noch mit einer kurzen Info, wie die Preise für Mitsu-Jollens sind. Dann kommen wir noch mal bei Pippa rum. Ich kann's auch so ausrischeregeln. Und hier sehen wir die Munzburg-Hochhäuser, dort drüben, sehr genau. So, und dann habe ich noch mal kurz das Internet bemüht und habe hier gerade die Segelschule Captain Pippa. Was die Kurse denn so kosten, da bin ich bei einer Gesamtkursgebühr, Theorie und Segelpraxis für Lehrlinge auf 420 Euro und plus einer Prüfungsgebühr für 86,68 Euro. Und sich dann ein Boot zu zweit zu mieten kostet zwischen 20 und 30 Euro. Es ist also kein elitärer Sport, sondern auch, denke ich, nicht teurer als andere Sportarten oder teurer als mal ins Kino zu gehen und dazu Popcorn zu essen. Und ich kann's nur empfehlen. Segeln macht aus meiner Sicht einfach glücklich. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Tschüss.